Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit Excel die Funktionen DB Summe und DB Anzahl benutzen könnt. Das ist wirklich super einfach und vor allen Dingen habt ihr die Möglichkeit, aus riesigen Datenlisten oder Tabellen anhand bestimmter Kriterien genau das zusammenrechnen zu lassen. Also die Summe oder die Anzahl auszugeben. Und das ist super einfach und ich mache das jetzt erstmal so, ich kopiere mir einfach mal hier oben die Spaltenköpfe, weil die möchte ich auch gleich als Suchkriterien benutzen. Das heißt, ich markiere mir einfach mit der linken gedrückten Maustaste hier diese vier Spaltenköpfe, drücke dann die STRG und C-Taste oder gehe mit der rechten Maustaste da rein und gehe auf Kopieren und füge die einfach hier in Zelle F1 wieder ein. Mit STRG V oder mit der rechten Maustaste da reinklicken und dann hier einfügen auf dieses kleine Symbol und dann sind die schon da. Ich will jetzt mal eine optimale Spaltenbreite nehmen, deswegen markiere ich mir das ganz kurz hier oben, klicke doppelt drauf und dann haben wir die optimale Breite. Als erstes werde ich mal die DB Summe Funktion benutzen und dann schreibe ich das natürlich als Spaltenüberschrift einfach mal rüber. Ihr könnt natürlich einen eigenen Titel da vergeben, aber ich schreibe jetzt mal DB Summe, damit wir auch wissen, was wir da machen. Darunter werde ich jetzt mal die Funktion anwenden und das ist echt super simpel. Das heißt, wir gehen ein Gleichheitszeichen ein, um die Funktion direkt dann auszulösen, dann der Funktionsname DB Summe, wie Datenbank Summe halt, abgekürzt DB halt, Klammer auf. Und als erster Parameter wird die Datenbank abgefragt. Ich klicke hier rein und bei der Datenbank selber ist es ganz wichtig, dass sie auch die Spaltenköpfe mit angibt. Und ich klicke hier einfach auf Zelle A1, zack, gehe hier kurz runter und wähle mir hier unten den letzten Eintrag ein. Das ist bei mir D450 und mit der Shift-Taste klicke ich sozusagen in diese Zelle und dann wird der ganze Bereich halt aufgezogen. Und danach gehe ich wieder hier hoch und ihr seht, eingetragen wird A1 bis D450. Also A1 bis D450, dann kommt ein Semikone für den nächsten Parameter und das ist das Datenbankfeld. Und das Datenbankfeld ist ja so, wir wollen ja jetzt etwas zusammenrechnen und da macht das natürlich Sinn, den Umsatz zu nehmen. Also können wir jetzt entweder in Anführungszeichen reinschreiben, Umsatz, also wir können das direkt reinschreiben. Also ich mache das einfach mal, Anführungszeichen oben, dann Umsatz, Anführungszeichen oben und dann ein Semikolon und dann kommen die Suchkriterien. Aber anstatt hier selbst Umsatz reinzuschreiben, können wir natürlich auch diese Zelle hier oben benutzen. Da steht schon Umsatz drin, also markiere ich mir das ganz kurz mal hier und klicke einfach hier rauf und Excel zieht sich dann selbst den Text hier raus. Wie gesagt, danach ein Semikolon und dann kommen die Suchkriterien. Und die Suchkriterien, da müsst ihr euch vorstellen, das ist halt jetzt dieser Bereich plus dem, was wir anschließend unten noch eingeben wollen. Das heißt, ich markiere mir einfach jetzt hier diesen ganzen Bereich und ihr seht F1 bis I2, also F1, das sind die Koordinaten. F1 bis I2, Klammer zu und Enter gedrückt. Und jetzt kriegen wir natürlich eine Riesensumme und zwar ist das jetzt ungefiltert. Alles zusammengerechnet eben ohne Filter. Wir machen daraus aber erstmal eine Währung, das heißt, ich markiere mir die Zelle, klick hier oben rauf und dann haben wir ja auch ein Euro-Symbol mit tausender Trendzeichen und so weiter, zwei Nachkommastellen und so sieht es eigentlich ganz gut aus. Jetzt können wir zum Beispiel schon den ersten Filter setzen. Ich gebe einfach mal Müller ein. Ich klicke hier rauf und schreibe Müller. Drücke Enter und ihr seht sofort, ändert sich hier diese Summe auf 12.429 und absolut cool. Und wenn wir jetzt sogar noch ein Datum eintragen, das mache ich jetzt extra, weil wir das mal schnell gleich zusammenrechnen werden, um zu sehen, ob das überhaupt richtig alles funktioniert. Ich gebe einfach jetzt mal 1-1-2016 ein, drücke Enter und dann wird die Summe noch kleiner, 1250, weil jetzt sind ja beide Kriterien gültig. Das heißt, nur Müller und nur am 1. und wenn wir uns das angucken, hier, ich klicke einfach mal bei Müller immer auf den Umsatz und zwar mit der Steuerungstaste kann ich weitere Einträge hinzufügen. Das heißt Müller, dann hier unten nochmal Müller, dann hier unten nochmal Müller und mal gucken, ist der noch irgendwo, hier unten ist er nochmal und da ist schon der Zweiter. Und wenn wir hier unten gucken, bei Summe steht hier 1040, ist natürlich relativ klein zu sehen, dann haben wir noch einmal Müller vergessen und dann schauen wir hier nochmal schnell nach. Den haben wir hier vergessen. Steuerungstaste weiter eingedrückt und jetzt haben wir 1250, das ist genau das, was hier ausgerechnet wurde. Also passt das perfekt. So, jetzt ist natürlich auch möglich, also ihr habt gesehen, ihr könnt Filter setzen, ihr könnt einen anderen Mitarbeiter eintragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, naja, dann bekommen wir natürlich eine andere Summe, wenn ich schreibe am zweiten, dann bekommen wir wieder eine andere und so weiter. Also wie gesagt, das ist unheimlich cool, aber ihr habt sogar noch die Möglichkeit und das ist auch abgefahren und zwar können wir sogar mehrere Kriterien eingeben. Das heißt, ich kann sogar zweimal ein Datum eingeben. Das heißt, ich klicke hier mal kurz rauf, auf diesen Spaltenkopf hier oben, rechte Maustaste und Zellen einfügen. Zack. Und in der Summe ändert sich nichts und ich schreibe jetzt hier oben nochmal Datum rein. Zack. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte alles, was größer gleich dem Ersten ist, das heißt, größer, nein, falsch, so, größer gleich 0.1.01.2016. Und jetzt seht ihr ja, ist ja alles größer, das heißt, wir haben wieder die Gesamtsumme und wenn ich jetzt aber sage, zum Beispiel auch kleiner gleich zum Beispiel der dritte 2016 und Enter drücke, dann wird genau dieser Bereich eingegrenzt. Und das ist das Coole, das könnt ihr auch mit Größenangaben machen, falls ihr irgendwie sowas habt oder andere Sachen. Also ihr könnt mehrfach das Datum eingeben und sozusagen damit einen Bereich eingrenzen, weil bei mir geht das ja, wenn wir hier unten gucken, ja bis zum Zehnten glaube ich, ja genau bis zum Zehnten. Und ich habe das jetzt wirklich eingegrenzt vom Ersten bis zum Dritten zum Beispiel. Also das ist nur ein Beispiel, was man noch alles machen kann. Und das mit dbAnzahl ist auch nicht anders. Im Prinzip ändere ich jetzt die Funktion nur so ein bisschen ab. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt, ach wir machen das einfach nochmal, egal, ich schreibe jetzt rechts daneben dbAnzahl und dann haben wir das auch nochmal gemacht. Und zwar hier ein Gleichheitszeichen eingeben, dann dbAnzahl geschrieben, Klammer auf und dann kommt natürlich, ich mache das mal ganz kurz nochmal weg, ein bisschen kleiner und das auch nochmal ein bisschen kleiner. Zack, dann müssten wir das eigentlich alles lesen können. So, nochmal von vorne, gleich dbAnzahl, Klammer auf, dann kommt die Datenbank, hatten wir ja gerade schon. Also, ich klicke hier einfach rein und wir können natürlich mit der Shift- und Steuerungstaste das ebenfalls machen. Das heißt, wenn wir jetzt die Shift-Taste gedrückt lassen, dann die Steuerungstaste ebenfalls drücken, dann können wir mit dem Pfeil nach rechts erstmal bis zum Umsatz springen. Und wenn wir jetzt mit dem Pfeil nach unten klicken, also weiterhin Steuerungstaste gedrückt halten, nach unten, zack. Und dann wird der ganze Bereich bis nach unten hin markiert. Jetzt können wir wieder nach oben gehen. So, und ihr seht A1 bis D450. Ihr könnt dem natürlich auch einen Namen geben. Schaut euch ruhig mal noch andere Tutorials an mit Namenrechnen zum Beispiel. Dann kommt ein Semikolon, dann kommt das Datenbankfeld. Und da es jetzt hier um eine Anzahl geht, die im Prinzip nur Zahlen enthält, können wir wieder Umsatz nehmen. Ich klicke hier einfach auf Umsatz, dann ein Semikolon und dann das Suchkriterium. Im Prinzip genau das Gleiche. Das heißt, wir markieren einfach den gesamten Bereich und zwar inklusive der Zellen, wo wir Einträge vornehmen. Ihr seht, ich mache das, zack, Klammer zu, Enter gedrückt und ihr seht, wir haben 16 Einträge, die zu der Summe 3089 Euro führen. Schreibe ich jetzt hier Müller, ändert sich das alles. Er hat anscheinend auch 16 Einträge. Nehme ich jetzt zum Beispiel das Datum raus. Ihr seht, erhöht sich natürlich die Anzahl. Nehme ich nur den ersten und nehme das jetzt zum Beispiel mal kurz weg vorne. Zack, drücke Enter. Ihr seht, sind das nur noch fünf Einträge mit Zahlen. Wichtig ist, dass ihr DB-Anzahl natürlich nur auf Zahlen anwendet, weil hier werden wirklich nur Zahlen gezählt und bei Anzahl 2 jeder Eintrag. Also wenn ihr DB-Anzahl 2 nutzen würdet, wird jede nicht leere Zelle sozusagen angezeigt. Und ja, so ist das. Also relativ einfach finde ich und vor allen Dingen auch mit der Möglichkeit, hier wirklich Bereiche mit anzugeben. Also total coole Sache. Aber wie gesagt, selbst bei der Produktgruppe könnte ich jetzt zum Beispiel noch sagen, nur HiFi. Und schreibt das einfach mal rein. Und ihr seht dann, ich muss mal gucken, ob das überhaupt wichtig ist, dass es mit Großschrift ist. Nein, ist nicht wichtig. Also das funktioniert hier nicht, weil es wahrscheinlich keine Einträge von Müller im Bereich HiFi gibt. Wir gucken mal da oben, da steht Meier, was haben wir noch Kurzes hier? Foto. Gehen wir mal Foto ein. Diesmal geben wir mal Groß ein, dann sehen wir auch gleich, ob Groß-Kleinschrift ignoriert wird. Wird anscheinend nicht. Müller, wieso ist Müller hier? Achso, hat er ja gar nicht, das war Meier. Haha. Also geben wir einfach jetzt mal PC-Software ein. Also PC-Software-Enter gedrückt. Und dann bekommen wir natürlich auch hier etwas angezeigt. Alles klar, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wie immer natürlich. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials dann von mir wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.